Jesus und Freak. Das sind ja zwei Begriffe, die nicht auf Anhieb zusammenpassen, genauso wenig wie Koks und Kirche. Martin Dreyer hat es geschafft, all das in seinem Leben unter einen Hut zu bekommen. Allerdings wäre er auf dem Weg dahin beinahe draufgegangen. In seiner Autobiografie blickt der Ausnahmechrist jetzt auf sein bewegtes Leben zurück. Und das, obwohl er erst 47 Jahre alt ist. Bettina Lenert hat ihn getroffen. Als Christ hat Manfred Dreyer in der Jugendszene viel bewegt. Anfang der 90er Jahre gründet er auf St. Pauli die Jesus-Freaks. Doch schinsen seinen Predigten erlebt er immer wieder heftige Drogenabstürze. Damals Kreuzigung auf der Reeperbahn, Hip-Hop und Punk statt Orgelklänge, Happening statt stillem Gebet. Martin Dreyer predigt in Clubs und macht mit den Jesus-Freaks den Kirchgang zur Party. Jesus! Jesus! Es geht bloß um eine Person hier heute Abend und das ist Jesus. Jesus hat die Schnauze voll von einem kraftlosen Christentum und einer schlaffen Kirche. Ich persönlich habe keinen Bock drauf schlaff zu sein. Ich möchte jemand sein, der Power hat von Jesus. Angefangen hat alles hier in der St. Petri-Kirche. Mit 16 nimmt Martin zu viele Drogen, droht von der Schule zu fliegen. Er leidet unter Depressionen und Selbstmordgedanken. Seine Eltern nehmen ihn mit zum Gottesdienst. Dabei kommt er zur Ruhe. Ich habe sogar gesagt, wenn du das wirklich willst, wenn du aus meinem kaputten, verseuchten Leben was anstellen willst, dann brauche ich ein Zeichen von dir. Und das ist dann auch passiert und dann musste ich einfach. Und bin dann nach dem Gottesdienst nach vorne zu einer Segnung, da vorne in die Ecke und habe mein Leben in die Hände von Jesus gelegt. Und damit wurde erstmal alles anders. Martin Dreyer gründet die Jesusfreaks. Eine offene Gemeinde, in der sich alle wohlfühlen sollen. Jugendliche Punks und Menschen, die nicht ins typische Gemeindeleben passen. Damit löst er eine regelrechte Jugendbewegung aus. Zeitweise gibt es bundesweit 100 Gruppen. Vor ihrem ehemaligen Club trifft er Freunde von früher. Wir wollten was für Gott machen. Wir wollten was für Gott machen. Noch heute wissen sie genau, was sie damals so begeistert hat. Einfach eine Zusammengehörigkeit, die man nicht einfach durch eine Gruppe machen kann, wo wirklich, ja, wo Gott uns verbunden hat. Die Leute, ja, haben wirklich Feuer. Also sind extrem überzeugt davon. Und es hat so ein bisschen dieses Revolutionäre, was man eben zum Beispiel auch in der Linken oder so öfter hat. Und es war sehr wild und laut. Die Jesusfreaks haben in Hamburg großen Zulauf. Um die 100 Menschen kommen zum Gottesdienst. Und weil das den Club sprengt, feiern sie im alten Elbtunnel. Ich bin froh, dass ich mich für Jesus entschieden habe, weil ich weiß, es gibt nichts Geileres, als mit ihm zu leben. 1994. Martin Dreyer wird Christ des Jahres. Trotzdem fühlt er sich ausgebrannt und einsam. Der Druck steigt, ergreift zu harten Drogen und spritzt sich eine Überdosis Heroin, wird erst nach Tagen gefunden. Sein Arzt hat kaum noch Hoffnung. Die Diagnose war niederschmetternd. Also er meinte, ich hatte einen Gedächtnisschaden danach. Ich hatte eine Unterversorgung im Gehirn, eine Sauerstoffunterversorgung. Und er meinte, das wird wohl nie wieder was werden. Und er hat vermutet, ich würde ein lebenslanger Pflegefall bleiben. Aber die Reha schlägt gut an. Martin Dreyer studiert Pädagogik trotz starker Konzentrationsschwierigkeiten. In Köln arbeitet er zusammen mit Jugendlichen an der Volksbibel. Das Neue Testament in einer leicht verständlichen Sprache. 2005 erscheint sie zum ersten Mal und schafft es auf die Bestsellerliste. Martin Dreyer hat seine Biografie geschrieben und arbeitet heute vor allem als Autor. Ich bin heute so glücklich wie noch nie zuvor in meinem ganzen Leben. Ich habe eine ganz süße Tochter, ich habe eine ganz tolle Ehe, ich habe einen tollen Job und ich habe Jesus immer noch in meinem Herzen. Er ist angekommen und seit Martin Dreyer seine Erinnerungen aufgeschrieben hat, sind sie auch weniger schmerzhaft.